So viel Fantasie hätte ich Schwester Walters gar nicht zugetraut. Für mich liest sich das Ganze eher als ein Paradebeispiel für hypnotische Beeinflussung. Und wenn schon. Auch wenn ich in den letzten Tagen viele merkwürdige Dinge mit angesehen habe, ich glaube trotzdem nicht an die Existenz von Hexen. Da muss etwas anderes dahinter stecken. Etwas ganz anderes. Naja... Was soll das heißen, Brayle? Sie ziehen doch nicht etwa ernsthaft in Betracht, dass wir es hier mit Hexenspuck zu tun haben. Ich... Ich werde einfach das Gefühl nicht los, dass Madame Mandilip es auf die Seelen von all diesen Toten abgesehen hat. Die Seelen? Ja. Worauf denn sonst? Und was soll das sein? Ich habe unzählige Operationen durchgeführt, oftmals assistiert von Ihnen übrigens. Aber so etwas wie eine Seele ist mir dabei nie begegnet. Aber Sie... Wenn Madame Mandilip tatsächlich einer Seele habhaft geworden sein sollte, hoffe ich sehr, dass sie mich einen Blick darauf werfen lässt. Sie werden aber doch nicht leugnen, dass zumindest der Tod von Schwester Walters, Peters und der Anschlag auf Ricori auf das Zuton dieser Madame Mandilip zurückzuführen sein könnte. Könnte. Sehr richtig. Könnte. Lowell? McCann? Haben Sie etwas herausgefunden? Warten Sie, warten Sie. Ich stelle Sie laut. Dann kann Dr. Brayle gleich alles mithören. So, kann losgehen. Danke. Also, Sie werden es nicht glauben. Molly erzählte mir, dass diese Hortense Darnley ihrer Kleinen vor etwa vier Wochen eine Puppe mitgebracht hat. Ihrer Beschreibung nach dürfte es sich um eine Puppe aus dem Laden von Madame Mandilip handeln. Aha. Na, sieh mal einer an. Die Darnley hat die Puppe umsonst bekommen, weil sie der Besitzerin des Ladens Modell gestanden hat. So. Hört, hört. Außerdem erinnerte sich Molly, dass ihre Freundin einen Verband an der Hand hatte. Auf Nachfrage sagte sie, dass sie sich in dem Puppenladen am Battery Park verletzt habe und dann von Madame Mandilip verarztet und verbunden worden sei. Das ist so was. Da steckt also offenbar Methode dahinter. Ja, es hat ganz den Anschein. Denn Peters kam eine Woche später mit einer männlichen Puppe als Geschenk für Mollis Kleine vorbei. Er wollte wohl der Kleinen gegenüber nicht hinten anstehen. Und auch er hat sich in dem Laden eine Verletzung zugezogen, die Madame Mandilip behandelt und bandagiert hat. Nein, das gibt es doch nicht, ne? Was sagen Sie jetzt, Dr. Lowell? Ja, das, das, das ist ja nicht zu fassen. Ich fahre jetzt mal zum Battery Park rüber und schaue, wie meine Jungs mit der Beschattung dieser Mandilip-Weiber klarkommen. Ja, machen Sie das. Gibt es etwas Neues vom Boss? Nein. Er schläft noch. Gut, ich, äh, ich wäre gern dabei, wenn er aufwacht. Dann kommen Sie doch später hierher. Ja, das mache ich. Bis dann. Bis dann. Und, äh, äh, gute Arbeit, McCann. Man tut, was man kann. Ja. Ich darf zusammenfassen? Bitte sehr. Der Triumph sei Ihnen gegönnt. Die Darnley, Peters und Schwester Waters haben alle bei Madame Mandilip eine Puppe erstanden, für Sie Modell gesessen und sich in dem Laden eine Verletzung zugezogen, die dort, vermutlich stets mit einer ominösen Salbe, behandelt wurde. Alle drei sind mittlerweile tot. Ich, ich muss zugeben, ich habe nicht die geringste Ahnung, was das zu bedeuten hat. Gut. Dann sind wir schon zwei. Entschuldigung. Sie sollten jetzt wohl besser ein paar Stunden schlafen. Nein, 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 nicht. Oh, doch. Ärztliche Anweisung. Es ist helllichter Tag. Und? Wer weiß, wie die nächste Nacht wird. Ja, vielleicht haben Sie recht. So ein kleines Nickerchen klärt außerdem den Geist. Ja, das ist auch dringend nötig. Und Sie, was machen Sie? Ich fahre nach Hause und mache dasselbe. Die Schwester hat Anweisung, uns anzurufen, sobald Ricori aufwacht. Gut. Na dann. Süße Träume. Ja. Für Sie auch, Brayle. Für Sie auch.